Heute spielen wir ein Horror-Game. Ich will Musiker werden übrigens, falls ihr es noch nicht gewusstet. Das ist The Medium. Das ist ein Game, das soll so richtig horrormäßig abgehen, ja? So, hello YouTube and hello my friends, everyone out there. This is a Horror-Game called The Medium. Mein Name ist Kaleco Scheiße and now I say moin Mädels, moin Jungs and we go into the game, you know? And then we make it very good and make it kai and all that shit, you know? Let's go. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen to The Medium Aquarell. Seid ihr bereit für eine neue Experienzer im Genre Horror? Ja oder nein? Oh, jetzt haltet ihr euren Maul. Hauchen ist ungesund. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. It was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. To dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Ach so, ach so, das ist gar nicht so First Person. First Person, Alter. Oktober 1999, November 1999. So, hier sind so klasse Sachen. Tag der Schutzengel. Begräbnis um 10 Uhr. Ultraschall, unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Die ob die Pakets an Marianne schicken. Marianne. Die Steuerung ist ja schon mal was Spezielles. Ich dachte ja, das ist so First Person. Aber das ist Third Person. So, was ist hier? Scheiße, ne Katze. Können wir die töten oder so? Hey, die Dreckskatze faucht mich an. Ja, interessantes Zimmer. Ich hab jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber ich hab auch einfach nicht so zugehört. Was hat die gesagt? So, ich muss so eine scheiß Teilclip finden. Drecksfutter. Düssel des Bestattungsinstituts. Ach so, den hab ich. Goji la Goji. Katzenkotze, lecker. Cool, hungriges Kätzchen. Scheiß Katze gefüttert. Irgendwenn juckt das. Ich will ein Foto von meiner Katze sehen. Die heißt Arschgeburt. Symbolik Funeral of this. Das ist jetzt schon mein. Jetzt kommen wieder meine Lesefähigkeiten ins Spiel, nicht wahr? Das symbolische Begriff. Also, nochmal. Wir sind hier 1999. Da war ich neun. Finger hoch. Wer hat 1999 schon gelebt? Oder wer war noch flüssig? Ich war fest. Wie man Fotos entwickelt. Fotos für fünf Sekunden belichten. Für drei Sekunden im Multigrade tauchen. Für drei Sekunden im Stopp-Bad tauchen. Für drei Sekunden im Fixiermittel tauchen. Eins, zwei, drei. Da kommt echt was bei rum. Hör mal. Eins, zwei, drei. Drei. Oh. Drei. Drei. Oh. Das ist Jack. 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 Was mache ich jetzt mit dem Bild? Wie gut wir das entwickelt haben. Also, wir sind schon echt krass da drin. Ach, Jack ist ihr Bruder. Oder war das in der WG? Sehr geehrter Mr. Or- My oldest family heirloom. As a kid. I show this to people just to freak them out. Tensitstoffe. I'd usually say something like, pretty sick, huh? Aber das ist von ihr. Da war sie drei. Beste Diagnose. Verbrennung im zweiten Gras ist die, äh, Gras ist. Verbrennung im zweiten Gras ist die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Okay, also sie hat damals schon krasse Kräfte entwickelt. Ist jetzt so ein bisschen auf so einem Dampfer, äh, in der Schule war immer blöd, weil sie da diesen, diesen Tod davor hergesagt hat und das hat sie wohl öfter gemacht und das war scheiße. Also sie ist negativ aufgefallen, weil sie, ne, aui. Jack's in the prep room. Achso, wir müssen Jack finden. Ist auch ein bisschen makaber, dass er in seinem eigenen Bestattungsinstitut, äh, bestattet wird. Mrs. Nowak brachte heute die Zahlungsbeschädigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich, äh, hat sich Robert, Robert, am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderen für die Beisetzung finden. Marianne. Achso, da hat sie geschrieben so. Also sie hat sogar da gearbeitet. Marianne hat mit ihrem Vater, ah, hier, siehste, guck mal hier. Sind es aber die beiden? Jack und Marianne, ne? Oh, nee, jetzt ist er da drin. Wehe, der kommt dann da so raus und sagt so, äh, Marianne, räum dein Zimmer auf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Hey, Jack. So, die müssen rausziehen. Oh, nee. Oh, was wackelt denn da oben rum? Seht ihr das? Achso, das ist diese Sicht oder was? Oh, da unten. Lag die da eben auch schon? Die lag da noch nicht, oder? Ja. Oh, nee. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Hmm. Ah, da, da, da. Lass einfach hier unten bleiben. Wenn wir unten bleiben, kann uns nichts passieren. Seht ihr das denn nicht da oben? Ja, warte, 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 du. Es ist noch nichts passiert. Alles gut, bleib sitzen. Schubidu, ich will da nicht rein. Ja! Warte mal, also ich kann jetzt, ich bin auf beiden, äh, Bildschirmen unterwegs. Das ist ja anstrengend. Aber rechts ist sie, glaube ich, einfach in einer älteren Zeit, ja? Oh, so, that worked. As much of a pain in the ass as they were. Hey, das ist cool. They did come in handy sometimes. Ah. Ach, du Schande. Hast du nur kaputt. Boden sind so Fußspuren. Ah! Oh mein Gott! Junge. Warum? So began the great dumpster heist of 1999. Eh, 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 oh, that is waiting more than ever. Hier ist ein Schuh, der sieht nicht gut aus. Überher, ich gucke mich immer an. Oh, scheiße, sieht kacke aus. Ich kann noch mal einblicken. Krass, was dieser Schuh mir so alles verrät. Oh, then it's raining more than ever. Hello? Oh, dieser Scheißball. Oh, der ist so strange, dass der... Oh, der ist so strange. Ich wünsche das Game, ey. Shit. Oh, okay, Marianne. Just take a deep breath. Okay, und halte F. Ein außerkörperliches Erlebnis. Überlebliches Erlebnis. Wallah. Oh, ich muss noch ein bisschen beeilen. Die Frau zersetzt sich. Sieh, 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 sieh. Ah, die zerfällt. Hilfe! Hilfe! Oh, Mann. Gebt Gummi, geht Gummi, 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 Gummi. Gummi, 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 Chameleon. Ach! Es ist ganz cool gemacht so, aber der Horror-Aspekt ist jetzt noch nicht so da. Wie? Oh mein Gott! Den Stöpfel gezogen. Wow. Aber das heißt, wir haben jetzt die Rasierklinge und können da den Raum da aufmachen. Thomas! Ah, Thomas! Sicher! Junge, dir fehlt der halbe Körper. Da ist gar nichts funny dran. Ist was! Ist da eine Kasselung? Ah, okay. Ein Safe oder so? Ja, ist er auch noch da dran und macht irgendwas. Moment. Bist du der Kalle, der in Minecraft so kranke Sachen baut mit Redstone oder verwechsel ich dich? Was will ich denn eigentlich? Durchsuche den verborgenen Raum. Oh, hier, warte mal. Da ist ein Hebel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! GG! Jetzt bin ich wieder allein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Eins, drei, drei. Drei, drei. Ja, dann hier. Drei, drei, drei. Ah! Ah! Ich habe vergessen, rauszutun! Aber es hat nur geklappt. Das bin ja ich. What the hell? Okay. Gar nicht creepy. Was? 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 Was ist das? Was? Was? Oh, nee. Warum so ne Motto, Alla? Okay. Ich bin im Schock, Alla. Zack. Ich bin nur eine Sekunde stehen geblieben. Das Spiel will mich doch verarschen, ey. What is this shit? Was ist das denn? Hey, ich drück nur die Leertaste, Mann. Was soll ich denn machen? Ich hab ja nicht mal ein Ding ins Kirchen. Ich hab ja nicht mal hier... Scheiße ist das. Ja, an dieser Stelle war es das für heute mit The Medium, ne? Hey, lauf doch! Hinter mir, vor mir, wann? Jetzt läuft die wieder nicht. Wait. Don't go. Oh, Gott. Don't leave me here. Alone! Haken! Let me try you on. Oh, Gott. No! Boil jetzt einfach. Boil jetzt einfach. Aber ich bin immer wieder der Leit. Und alles. Alles. Alles in mir. Ii, easy. Mach den Eisen schon mal drauf. Ich verstehe dir. Möchtest du dir immer? Der macht dir alles in Scherz. Games. Wächtest du denn? Wächtest du? Oh, scheiße. in meinem Arsch. Hey, bitch. Ich hab ihn. Ah! Nee, ich hab keinen Mord mehr. Ende! Thanks, game. Ich hab ihn.